Warum ist diese Flaschenpost bei uns gelandet, Karl? Wir können heute zwei Kinder retten, weil wir einen Brief bekommen haben, der acht Jahre im Wasser lag. Er spielt ein krankes Spiel mit den Familien. Er besucht sie und entführt dann ihre Kinder. Ein Kind verschwindet und die Eltern sagen gar nichts. Jehova wird uns retten. Er ist kein Kidnapper, er ist ein Serienmörder. Es kann sein, dass wir die Kinder und Karl nicht lebendig leben. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an gar nichts. Bitte!